Hallo willkommen zu einem kleinen Gameplay von Visual Plätze von Facebook aus von den Account White Soul 1,2,2 ja ich wollte euch halt mal ein Gameplay zeigen ich finde Spiel cool ja ich zeige es jetzt mal einfach zum Spiel ist auch nicht so viel zu sagen man kann halt viel extra einsetzen ich hab schon ein paar mal versucht zu machen also das Gameplay wenn wir zu bekommen entweder Störungen oder das ist das ist auch nicht gut hier runterziehen da muss man hier oh mein Gott ich hier in 10 oh ja das Tricks war auf oh mein Gott ich bin ich gerade fest das würde ich echt nur zeigen weil die Spieler eigentlich ziemlich verhaltet ist ich sehe nur was geschmalkt halt das ist ein und der Ficht auch mal draufkommt das wir spielen also ja das ist das Ton das ist wirklich aus das ist hat man hat es noch eine Minute Zeit n und das war n n die Statistik anschauen zum ablässchen die Münzen kann man halt einsetzen ja sich gekriegt 1050 Schützstuhl ja ich bin nicht der gerade der Beste ich war schon gesagt hat nur 11.000 Schaffner Rekord bei 60.000 ja leider nicht geschafft so vielen die Rekorde die Form mal geschafft wo mich jemand gestört hat eigentlich wollte ich euch das mal zeigen ja das ist schon mal das Ende von meinem Gameplay Visual Plitz auf Wiedersehen und immer schön abonnieren